Elektroautos stossen kein CO2 aus und sind darum gut fürs Klima, sagen die einen. Die anderen sagen, dafür entstehen die Emissionen bei der Produktion des Fahrzeugs, der Batterien und des Stroms – und schwören darum auf Benziner. Jetzt zeigt eine aktuelle Studie, was tatsächlich besser ist. Der Tesla Model 3 war letztes Jahr in der Schweiz das meistverkaufte Auto mit 5.072 abgesetzten Stück. Dicht gefolgt kommt dann der Skoda Octavia mit 4.969 verkauften Einheiten. Ein Kopf-an-Kopf-Rennen, das auch die Haltung oder Überzeugung der Käuferschaft deutlich widerspiegelt. Der Umstieg auf elektrisch ist einerseits ein Trend, den man nicht verpassen will, wenn man in sein will, aber andererseits spielt dabei auch immer die Überlegung Umwelt eine Rolle. Denn, so das Argument, Elektroautos verursachen keine Emissionen und schonen dadurch das Klima. Die anderen halten dem entgegen, dass Elektroautos zwar kein CO2 emittieren, wenn sie fahren, aber dafür die Emissionen anfallen bei der Produktion des Fahrzeugs, der Batterien und bei der Gewinnung des Stroms. Was ist also besser für die Umwelt? Elektrisch oder Benziner? Diese Frage haben nun Forschende der amerikanischen Yale University untersucht. Und sie kommen zu einem eindeutigen Ergebnis. Je schneller der Umstieg von benzingetriebenen auf elektrisch getriebene Fahrzeuge erfolgt, desto besser ist es für die Umwelt. Und, ziemlich überraschend, batteriebetriebene Fahrzeuge sind auch besser als solche, welche mittels Wasserstoff und Brennstoffzellen den Strom an Bord produzieren. Zu diesem Schluss kommen die Forschenden, nachdem sie in Modellrechnungen nicht nur die Emissionen am Auspuff berücksichtigt haben, sondern jene über den ganzen Lebenszyklus der Fahrzeuge, also über deren Bau bis hin zur Energiegewinnung, also Strom oder Benzin. Sie haben also nicht nur Energierechnungen, sondern auch Ökobilanzen in ihre Betrachtungen einbezogen. Und die Forschenden haben in ihren Modellrechnungen einen Preis für CO2 eingesetzt. Logisch schneidet das Elektroauto besser ab, wenn man nur die CO2-Emission am Auspuff, den es ja nicht hat, bepreist. Aber, und das war auch zur Überraschung der Forschenden, das Elektroauto schneidet auch über den ganzen Lebenszyklus von der Produktion des Fahrzeugs, der Batterien bis hin zur Energiegewinnung, besser ab als der Benziner. Und wenn man also den ganzen Lebenszyklus bepreist, führt das schneller zu einem Ersatz der Benziner durch elektrisch getriebene Fahrzeuge und damit zu einer Entlastung des Klimas. Schon ein Preis für die Auspuff-Emissionen bringt den Benziner bis 2050 praktisch vollständig zum Verschwinden. Und wenn man jetzt noch die ganze Lieferkette oder Wertschöpfungskette vielmehr bepreist, dann geht der Wandel von Benziner zu elektrisch einfach umso schneller. Und wenn man den Strom, der für die Wasserstoffgewinnung verwendet wird, aus fossilen Energieträgern gewinnt, dann hat auch das Wasserstoffauto keine Chance gegenüber einem batteriegetriebenen Elektroauto. Natürlich steigt durch den vermehrten Einsatz von Elektrofahrzeugen auch der Stromverbrauch und damit die Umweltbelastung durch die Gewinnung dieses Stroms. Aber diese Umweltkosten sind im Vergleich zu jenen, die bei der Gewinnung von Erdgas und Benzin entstehen, vergleichsweise gering. Und wohl verstanden, diese Zahlen gelten für die USA, wo die Studie durchgeführt worden ist. Und in den USA wird noch viel Strom mit fossilen Energieträgern gewonnen. Wenn wir das Ganze jetzt auf die Schweiz übertragen, wo sehr viele Wasserkraftwerke, CO2-neutrale Wasserkraftwerke, in Betrieb sind, dann verschiebt sich das Verhältnis nochmals ganz deutlich zugunsten der strombetriebenen Fahrzeuge. Und in ihrem Fazit bemängeln die Forschenden, dass es nirgendwo eine Verkehrs- oder Energiepolitik gibt, die konsequent auf die Reduktion von CO2-Emissionen aller Arten entlang des ganzen Lebenszykluses der Mobilität abzielt. Und sie bemängeln auch, dass selbst im Bericht des Weltklimarates IPCC die Material- und Ressourceneffizienz viel zu wenig in die Massnahmen zur Dämmung der Klimaerwärmung einbezogen werden. Fazit, wer für eine schnelle Dekarbonisierung der Mobilität ist, der darf nicht zu sehr auf die Karte Wasserstofffahrzeug setzen. Stattdessen muss er einen Preis einführen für die CO2-Emissionen entlang des ganzen Lebenszykluses von Fahrzeugen.